Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem... Nee, wir haben ja Donnerstag, dem 2. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1074. Und heute mit den Themen Mela, Satellitenkommunikation, VPN, Strava, Spotify, Windows 11, DJIOM5 und Nest Doorbell. Und nochmals Entschuldigung, dass heute, gestern, heute am ersten keine Episode gekommen ist. Wie auf Twitter kommuniziert, nach knapp drei Stunden Elternabend war ich einfach fix und foxy. Vor allem, dass es drei Stunden waren. Aber lassen wir das Thema in der aktuellen Zeit. Die Themen. Mela, die Rezeptverwaltungs-App aus der Schweiz, hat ein kleineres Update bekommen. Die Version 1.02 und hat da einige kleinere Fehlerbehebungen mit drin. Unter anderem, vor allem, was die Kategorien anbetrifft. Ein Thema, was ich in meinem Video, das könnte ich eigentlich noch verlinken, auch angesprochen habe, ist jetzt ein bisschen eine Verbesserung eingetreten. Das heisst ein bisschen, man kann viel besser mit Kategorien umgehen und so weiter. Das macht natürlich Spass. Auch die Exportfunktionen wurden ausgebaut und es sollen zukünftig noch mehr in die Richtung passieren. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Dann gibt es Neuigkeiten. Bloomberg hat wieder mal ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Und zwar soll Apple an einem iPhone arbeiten, das unter anderem auch mit Satellitenkommunikation arbeiten kann. Telefonieren, SMSen absetzen, also iMessages in dem Fall, aber nur eher im Bereich des Notfalls, wenn man irgendwo ist, Flugzeugabsturz und sonst Unfall etc. hat und eben kein 4G, 5G, 3G, 2G oder was da noch alles gibt, Empfang hat. Das Ganze soll logischerweise nicht in das neue iPhone einfließen, was jetzt dann in der nächsten oder übernächsten Woche vorgestellt wird. Aber Apple ist da anscheinend ganz fleissig im Hintergrund am Arbeiten mit einem Qualcomm-Partner, der auf den Namen Global Star hört und da in die Richtung auch schon Möglichkeiten anbietet. Dann dürfen wir mal gespannt sein, wenn da in die Richtung was geht. VPNs sind eine sehr praktische und sinnvolle Geschichte. Die Filmindustrie sieht darin einen Dorn und den möchten sie auch angehen. Man fordert jetzt Anbieter von VPNs auf, dass die eben genannte Nutzer, die, als ich filme mal, nicht ganz legal im Wege aus dem Internet runterladen, trackt und ordet und die dann auch meldet am liebsten noch. Ja, wenn das soweit kommt, dann nee, lassen wir das. VPN ist VPN, fertig, da soll niemand mithorchen. Vor kurzem habe ich euch ein bisschen was erzählt zu Strava und der Möglichkeit unter VirOS, dass das Ganze gestrichen wird, zumindest alles, was bei VirOS 2.0 und Nachfolgen gekommen ist. Es ist so, Strava hat da nochmals nachgebessert. Auf den alten Systemen wird es noch unterstützt, aber es soll keine Updates mehr geben. Also zumindest ein bisschen aufschnaufen, nicht ganz so schlimm, wie ich damals mitgeteilt habe, aber nach wie vor sehr speziell. Dann, wie gesagt, die Galaxy Watch 4 wird ausgeliefert mit der Version 3.0. Die neuen Fossiluhren, die vor ein, zwei Tagen vorgestellt wurden, ja, die werden noch mit der 2.0 rausgeliefert und bekommen irgendwann im Jahre 2022 dann das Update auf die 3.0. Alles sowieso sehr, sehr speziell, was das anbelangt. Und irgendwie ist der Restart von Google auch schon wieder zum Scheitern. Aber auch das lassen wir es lieber. Zu genau so einem Thema komme ich. Spotify Music bietet neue Talk und, äh, Music, Spotify Music und Talk an. Das ist die Möglichkeit, um eine Spotify-Show zu machen. Ich sage bewusst nicht Podcast. Da soll man eine Spotify-Show machen können und eben Musik, die auf Spotify verfügbar ist, und das sind über 70 Millionen Songs, mit einspielen können. Die jeweiligen Künstler sollen entlohnt werden, alles, wie es sich gehört. Und eben der Showbetreiber kann dann Musik einspielen, darüber sprechen und eben Musik einspielen. Das Ganze funktioniert über die vor ein paar Jahren zugekaufte Plattform Anchor und müsste man mal ausprobieren. Aber eben, Spotify-Show kann man machen. Ich hätte da sogar eine Idee. Windows 11, es ist endlich bekannt, das Datum. Am 5. Oktober ist es soweit. Da bekommen die ersten Geräte, bei Microsoft ist es ja nicht so wie bei Apple, da wo alle auf einmal ein Update bekommen. Nee, zuerst bekommen neue Geräte und berechtigte Geräte. ein Update ausgespielt oder angeboten und dann folgen schrittweise die anderen Geräten in Zyklen hinter nach. Wer wissen möchte, ob sein Gerät auch den Mindestanforderungen gerecht wird, wir haben in den Shownotes einen Link mit drin, der direkt zu Microsoft geht, wo ihr das austesten könnt. Das Ganze findet ihr auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann geht es weiter mit DJI. Die haben nämlich für den, ich glaube, 8. September, genau, 8. September, neues Event angekündigt mit der Nummer 5 in einem Ice Cube oder so einem transparenten Würfel drin. Was das zeigen wird, ja, man geht schwer davon aus, dass das im Herbst dieses Jahres oder generell im Herbst des Jahres ein Gimbal sein wird, wie jedes Jahr, im letzten Jahr das OM4 und jetzt wird es wahrscheinlich das OM5 sein. Die Neuigkeit an dem Teil ist, dass es wahrscheinlich eine Teleskopstange, dafür ein bisschen weniger Akku bekommt. Ich glaube, beides könnte es gut vertragen. Werden wir dann darüber sprechen, wenn es soweit ist. Schon wieder Gerüchte. Ei, ei, ei. Dann gibt es noch Neuigkeiten von Google. Die haben angekündigt, dass bei der neu vorgestellten und bei uns im YouTube-Kanal auch vorgestellten Google Nest Doorbell keine dauerhafte Aufzeichnung gibt. Da gibt es ja die akkubetriebene und die kabelbetriebene Lösung. Die kabelgebundene kommt erst noch, wird dann nachgeliefert in dem Sinn. Da gibt es auch keine dauerhafte Aufzeichnung. Liegt unter anderem daran, dass das Gehäuse sehr klein und kompakt ausgefallen ist und somit bei zum Beispiel einer heissen Umgebung oder direkten Sonnenlicht auf das Gerät, das gar nicht vertragen würde, permanent aufzuzeichnen. Wichtig zu wissen für diejenigen, die möchten oder Nachbarn, die denken, dass sowas passiert. Genau, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören, nächstes Mal wieder hören und wünsche euch noch einen schönen und erholsamen Tag. Auch ein erfolgreicher, logischerweise. Bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.